Wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Haben Sie Geschwister? Hallo, mein Name ist Karin. Ich bin 14 Jahre alt und wohne in Berlin, in der Wagnerstraße Nummer 19. Ich habe einen Bruder. Tag, ich heiße Annette, Annette Rubinstein. Bin 15 und wohne in Frankfurt. Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Meine Adresse? Goethe-Straße 20. Grüß euch. Ich bin der Christian. Ich wohne in Hamburg, in der Adenauerstraße Nummer 10. Ich habe eine kleine Schwester, Martina. Sie ist sieben Jahre alt. Ich bin zwölf. Hallo, ich heiße Klaus Beck, wohne in München, bin 17 Jahre alt und habe zwei Schwestern. Meine Adresse? Ludwigstraße 72. Wie ist die E-Mail-Adresse? Klaus, hast du eine E-Mail-Adresse? Klar. Sie lautet klausbeck.yahoo.de Annette, wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist an.rub.hotmail.com Und du, Christian? Hast du auch eine E-Mail-Adresse? Natürlich. gris2000atfree.de Und wie ist deine E-Mail-Adresse, Karin? Sie lautet superkarinatonline.de Hör noch einmal Übung 11 und sprich nach. Klaus, hast du eine E-Mail-Adresse? Klar. Sie lautet klausbeck.yahoo.de Anette, wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist an.rub.hotmail.com Und du, Christian? Hast du auch eine E-Mail-Adresse? Natürlich. gris2000atfree.de Und wie ist deine E-Mail-Adresse, Karin? Sie lautet superkarinatonline.de